Links, sprich rechts. Das ist sehr hart und dann schärfer. Das ist gesanglich ja gut. Ihr dürft zweit, kann man einen Sänger. Und Enko, ihr Sänger in Hessen. Guck mal auf dem Schild. Guck mal, was steht da drauf. Das heißt nicht 0-0-0, sondern... Oh, oh, oh. Ah, sehr gut. So, wir probieren das mal gespännt. Spiel mal gespännt da ein. Da könnt ihr gleich witzigen. Achtung, eins, zwei, drei, vier. Das ist mit dem Schild klappt das. Also, jetzt alle miteinander. Das ist mit dem Schild. Das ist mit dem Schild. Das ist mit dem Schild. Das war's. 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 Das war's.